Es ist dem Feind gelungen, die Front in Breiterformation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner... Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodel, Krebs und Butter. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Wer schickt sie? Das hier ist Baden, sie ist mein Befehl zu widersetzen! Oh mein Gott, ist das einfach gekommen. Der Militär hat mit Millionen! Jeder hat mit Millionen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nicht zweiter als ein Haus und nie das verrestige, treulose Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbrechen... Das ist das Feiglinge, Verreiter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch geschmeißen, das deutschen Volk ist! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie in Zucker gebracht haben, Wurden zu lachen, wie man Messer und Gabel hält! Ja, wie lange hat das Militärmele Aktionen nur behindert! Es hat mich gegeben, nur als festigen Widerstand! Ich habe weggelegt! Ich hatte gut daran getan, von da waren alle Höroffiziere registrieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganzer Robber erobert! Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden! Es war ein ungeheuer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie wird das Zaufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Der Krieg ist verloren. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich der Waldisch! Eher jaglich wie eine Kugel durch den Kopf! Tun Sie, was Sie wollen! Tun Sie, was Sie bereit sind? Vielen Dank.